Ich bin ein Starr, holt mich dir raus! 20.000 Euro, wenn mir jeder einen Euro schickt, kann ich 20.000 Euro. Aber ich schicke ihn in den Baum. Mein Konto ist ja bekannt. Ich kann nicht mehr. Ich hätte auch in der Tausch sehen können. Wo wohne er? Ja, ist er! Mit einem Milliaren hat er das Zimmer geteilt. Was ist mit deinem Jusommer? Was singt der denn? Was sind die Bekannte? Kinderläder singt der. Ja, Kinderläder singt der. Ja, Hänzchen klein. Hänzchen klein singt der. Hänzchen klein singt der. Hänzchen klein. Hänzchen klein. So, gut. Ach, na, für die Söme ist es besser. Hänzchen klein. Hänzchen klein. Hänzchen klein. Ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Ach so, die Testen. Ach so, wenn ich jetzt Waschpulver testen wollte. Die kriegen was geschick und dann machen die das auf, wenn es gut ist oder nicht gut ist. Das ist der Detlef vom Jachten. Ja, der Detlef vom Jachten. Der ist dabei, habe ich wirklich gesehen. Da bauen die das auf. Die haben sie zusammen gebaut. Und ja, gut. Ja, es gibt auch verschiedene Tester. Es gibt auch von anderen Sachen. Die kriegen verschiedene Sachen in der Sendung. Da sind mehrere Familien auch ältere Leute. Manchmal ist das gut, was sie da auspacken und zusammenbauen. Und manche sagen, das ist Mist. Ich muss das dann behalten. Du kannst nachher am Schluss sagen, was du schätzt, was das kostet. Ja, und dann. Und dann siehst du den Originalpreis. Dann kannst du sagen, das ist gut für das oder schlecht. Ja, klar. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, ich hätte gesagt, der Detlef macht da mit. Der Schimpf immer da drüber, weil zu viel Arbeit ist. Und alles noch packt. Und dann findet das wieder gut. Das ist in einem Schwimmbud. 40 Grad. Da ist er von der Klasse. Nein, nein. Das war der Klasse. Ich denke, du hast das noch nie gesehen. Ja, doch. So ein Ausschnitt habe ich mal geschaut. Aber ich nicht. Ich kenn das nicht. Ja, ich weiß nicht. Da ist Schrott oder Hotter oder Schrott. Da heißt es in einem Wachs. Wer darf ein Verrecht, Robert? Nein, nein. Ach Gott, ich weiß nicht. Lass dir die Sachen schicken, die du nachgucken. Aber wie viel ist das denn? Die muss doch zusammenbauen. Ach so, das kannst du nicht. Ach so, siehst du. Ja, die ist ja auch andere Sachen. Das ist doch gerade der Sinn der Sache. Dass du das zusammenbauen sollst und gucken, schaffst du das? Oder schaffst du nicht? Die Mutter wird das doch nicht zusammenbauen können. Was willst du denn das schaffen? Du? Nein, ich habe da nichts mit zu tun. Papa und zusammenbauen, das kennen wir. Und die sind dann gekommen schief. Ich kann das doch nicht gut. Ich will hier schnell wieder doldern. Klatsch, klatsch. Und ich wisse dann, wie scheint. Genau, wie der Dad läuft. Der macht ja auch ruck, zuck und dann wird das verkehrt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Aber es gibt ja noch andere Sachen. Du meinst jetzt so Jacken, Händen und Hosen anprobieren? Nein, von der Qualität her. Ja, ja, so von der Qualität her. Wir fühlen schon weich, hügelleicht, pflegeleicht. Nein, die schicken so aus. Kostet 30 Euro. Der Preis ist angemessen. Nein, die schicken so aus Geräte. Oder der Preis ist. Nein, die schicken nicht nur aus Geräte. Nein, auch so Klamotten? Sagen wir einmal durch. Schön, wie alt passt. Wunderbar sieht die aus. Zum Beispiel einen Dosenöffner oder einen Bratwurstmacher, wie so ein Toaster oder so. So was, so was Neues. Was neu, dass ein Mal kommt. Einen Dosenöffner, ne? Ja, ob der interessant ist, ob der was braucht. Ja, ob der leicht schiegt, ob die Frau dann nicht parat geht. Aber ich habe jetzt eine Dosenöffner, weiß ich nicht, ob der funktioniert. Wir haben noch keine Dosenöffner. Wir haben noch keine Dose. 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 Der tut bestimmt. Aber dann machen die diese Geräte und dann probieren sie aus, ob der Frau einen Mangel mit arbeiten kann. Wenn du sagst, das ist mir zu schwierig und blöd, schickst sie den. Ja, 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 ja. Weil du sässt ja, das kann ich Sprüche. Ja, aber das fing wie Schirot. Und dann sagt immer, das ist groß. Und dann immer, ist nix, ist nix, ist nix, ist nix. Dann hast du auch die Klamotten hingeschickt. Ja, das will ich nicht. Ja, dann machen die Dose. Ja, und dann ist gut klar. Der Boss ladet dann ja ab, ist ja klar. Na klar, ne? Dann wird noch keine verd stroke. Und zwar sich sicherlich zu kommen auf ihm, oder? Da galen sich die Dose auf ihren 악d zu machen. Da geht in Und wieder